Willkommen zum MS Perspektive Podcast. Ich bin Nele Hanswerker, MS-Patientin, Bloggerin und Autorin. Ich bringe Dir Interviews, Inspirationen und Informationen über das Leben mit MS und zeige Dir Möglichkeiten auf, wie Du die Krankheit positiv beeinflussen und das Beste aus der Diagnose machen kannst. Auf ms-perspektive.de findest Du die Episoden-Notizen, 11 kostenlose Tipps als PDF und viele weitere Informationen. Und jetzt beginnt die Sendung. Hallo, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast und willkommen zu Folge 221. Ektrims 2023. Zehn Top-Themen und meine Highlights von Tag 1. Und an der Stelle möchte ich noch mein großes Dankeschön an die gemeinnützige Hertie Stiftung aussprechen, die meinen englischen Podcast unterstützt und mir es ermöglicht, spannende englische Beiträge nochmal zusätzlich auch in deutscher Sprache anzubieten. Los geht's. MS Milan 2023 war die neunte gemeinsame Tagung des europäischen Ektrims und des amerikanischen, mit A, Ektrims-Kongresses. Mehr als 8600 Teilnehmer aus 108 Ländern nahmen teil und hatten die Gelegenheit, 240 Dozenten zuzuhören und die Beiträge von 1915 Abstracts zu studieren. Also verdammt viel. Und es gab zehn Schwerpunktthemen, die waren festgelegt Nummer 1 MS und EBV, also Epstein-Barr-Virus, Screening und Überwachung der Behandlung Nummer 2, Nummer 3 MS bei älteren Menschen, Nummer 4 welche Biomarker und wann, Nummer 5 künftige therapeutische Strategien, Nummer 6 Pira, was Verschlechterung unabhängig von Schüben ist und stille Progression, Nummer 7 neue Technologien für MS-Patienten, Nummer 8 prodromale MS, das ist die Vorphase, bevor die eigentliche MS ausbricht, Nummer 9 die Stammzelltherapie bei MS und Nummer 10 Biomarker für Schäden und Heilung. Ich werde versuchen, einige interessante Ergebnisse zu den meisten dieser Themen in meiner Zusammenfassung der drei Tage herauszugreifen, beginnend mit dem Ektrims-Vortrag von Dr. Stephen L. Hauser und fortfahrend mit MS und EBV sowie MS bei älteren Menschen. An der Stelle ganz kurzen Hinweis, ich habe meine Inhalte weitestgehend von dem Präsentierenden übernommen und nur einige Ergänzungen hinzugefügt, wenn ich sie für das Verständnis oder für die Einordnung als wichtig empfand. Und los geht's mit der Eröffnungssitzung und dem Ektrims-Vortrag Multiple Sklerose – Der Weg zur Heilung von Dr. Stephen L. Hauser. Dr. Hauser ist Direktor des UCFS, Weill Institute for Neuroscience und Professor der Abteilung für Neurologie an der Universität von Kalifornien in San Francisco in den USA. Immer mehr Experten setzen auf, die Strategie MS so früh wie möglich zu behandeln und Stephen Hauser stimmt dieser Strategie zu. Je früher wir am Verlauf der multiplen Sklerose gegensteuern, desto besser scheinen die langfristigen Ergebnisse zu sein und könnten eines Tages zu einer vollständigen Kontrolle der Krankheit führen, was einer Heilung sehr nahe kommt. Leider wissen wir aber noch nicht, was die ersten Auslöser für MS sind und bis jetzt kennen wir auch noch nicht die spezifische MS-Signatur, nach der wir suchen müssen. Und die Heilung wäre abhängig von unserer Definition und dem Stadion des Krankheitsverlaufs, in dem sich jemand befindet. Bei einer etablierten MS müsste die Behandlung zum Beispiel auf mehrere Zelltypen abzielen. Aber treten wir einen Schritt zurück und betrachten wir die Krankheit vom Anfang bis zum Ende. Stephen Hauser verwendete die Metapher einer Krankheit in drei Akten. Der erste Akt oder die erste Phase ist derjenige, der vor der ersten Erfassung kommt, die sogenannte Prodromalphase, in der bereits Veränderungen auftreten, über die wir aber noch nicht viel wissen. Es folgt eine meist schubweise verlaufende Phase mit hoher Entzündungsaktivität, die heute mit Immuntherapien gut behandelt werden kann. Und der dritte Akt ist die neurodegenerative Phase, in der man sich im progressiven Verlauf der MS befindet. Von Akt 1 zu Akt 2 wird die gutartige Autoimmunität pathogen, sprich also krankheitsfördernd, und beginnt ZNS-Gewebe, also das zentrale Nervensystem, zu zerstören. Wie wir heute wissen, beginnt die Neurodegeneration mehr oder weniger schon mit Beginn des schubförmigen Verlaufs. Die Intensität hängt von der Schwere der Erkrankung ab und ist zu Beginn normalerweise sehr mild, nimmt aber später an Schwere zu, während die Entzündungsaktivität abnimmt. Wie man früher Anzeichen von MS erkennt. Wir wissen, dass MS keine typische Erbkrankheit ist, da mehr als 230 Stellen im Gencode mit einer erhöhten Anfälligkeit für MS in Verbindung gebracht werden. Diese Genveränderungen machen allerdings nur 19% des Krankheitsrisikos aus, während 81% auf andere Ursachen zurückzuführen sind. Außerdem betreffen bestimmte genetische Veränderungen das zentrale Nervensystem und sind für die Aggressivität der Krankheit verantwortlich. Von anderen Autoimmunerkrankungen wie systemischem Lupus, insulinabhängigem Diabetes mellitus und rheumatoide Arthritis wissen wir, dass eine sehr spezifische Reaktion mit der Zeit unspezifischer wird und sich ausbreitet, was zum Ausbruch der eigentlichen Krankheit führt. Wenn diese Veränderungen frühzeitig erkannt und behandelt werden, kann der Ausbruch der Krankheit offenbar verzögert werden. Zumindest haben das kleine Studien gezeigt. Man hat jetzt festgestellt, dass MS-Patienten eine bestimmte gemeinsame Auto-Antikörpersignatur haben, die vor und nach dem Ausbruch der Krankheit gleich ist. Allerdings wurde dieses Profil nur bei 12-15% der Patienten gefunden. Die Fragen, die Sie stellen, lauten, wann tritt dieses Muster erstmals auf? Bereits in der Phase der gutartigen Veränderung oder erst in der pathogenen Vorphase der MS? Wird diese Signatur nur in Hochrisikofamilien gefunden? Oder gibt es eine Korrelation zwischen Genen oder Krankheitsausprägung? Kommen wir zur Behandlungsstrategie. Früher ist besser. Früher erworbene Beeinträchtigungen bleiben oft dauerhaft und sind ein Indikator für SPMS, also die Sekundärprogrediente MS. Der Nutzen einer frühzeitigen Behandlung wurde bereits in Studien zum klinisch isolierten Syndrom und zum radiologisch isolierten Syndrom sowie in Auswertungen von Registerdaten zu RRMS-Patienten, also schubförmigen Patienten, nachgewiesen. Es hat sich gezeigt, dass hochwirksame Therapien besser vor späteren Behinderungen schützen. Dies stellt eine Chance dar, von der Unterdrückung der Krankheit zur Heilung überzugehen. Die Rede von Stephen Hauser war sehr inspirierend und es ist schön zu wissen, dass diese Strategie bei den ersten Untergruppen von Patienten, die heute noch keine MS haben, funktionieren könnte. Dennoch haben wir dieses Ziel noch nicht erreicht. Es ist eine Vision, aber eine, die es meiner Meinung nach wert ist, hier geteilt zu werden. Dass Stephen Hauser sich seit Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn vor einigen Jahrzehnten der multiplen Sklerose widmet und die Gemeinschaft der Wissenschaftler und Praktiker stark und stetig gewachsen sah, erscheint mir mit seiner Version durchaus realistisch. Allerdings bleibt der Zeitplan vorerst unklar. Kommen wir zu dem ersten Top-Thema, MS und EBV, Auswirkungen auf Management und Behandlung. Erstmal ganz kurz zum Hintergrund. Das Epstein-Barr-Virus, oder kurz EBV, scheint einer der Auslöser für den Ausbruch von MS zu sein. Das Virus verbleibt ein Leben lang im Körper. Je später man die erste EBV-Infektion bekommt, d.h. je älter man ist, desto intensiver sind die Auswirkungen und der Zusammenhang mit dem Ausbruch von MS scheint zuzunehmen. Während Säuglinge und Kleinkinder die Infektionen in der Regel gut verkraften, kann die Mononukleose, besser bekannt als pfeifersches Drüsenfieber, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr heftig verlaufen und sie sehr krank machen. Aber bedenke bitte, dass sich mehr als 90% der Weltbevölkerung im Laufe ihres Lebens mit EBV infizieren und nur ein Bruchteil von ihnen MS entwickelt. Die Infektion kann also keineswegs der einzige Auslöser sein. Die EBV-Infektion scheint ein Autoimmunpotentiator zu sein, nicht nur für Multiple Sklerose. Wir wissen noch nicht, welcher mögliche Mechanismus dabei eine Rolle spielt. Handelt es sich um eine molekulare Nachahmung? Eine Art B-Zell-Transformation? Eine lytische Reaktion oder einen zweiten Auslöser? Es gibt auch Hinweise darauf, dass wieder auftretende EBV-Infektionen zur MS-Aktivität beitragen und sich somit negativ auf das Fortschreiten der Krankheit auswirken. Aus diesem Grund ist EBV ein definiertes Ziel künftiger Behandlungsstrategien. Welche Strategien könnten sich aus der Verbindung von EBV-Infektion und MS-Ausbruch ergeben? 1. Eine EBV-Impfung, gefolgt von einer Aussetzung gegenüber EBV, würde zu wenigen oder keinen latent infizierten B-Zellen führen. Da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Antikörper oder T-Zellen mit den Proteinen des Nervensystems kreuz reagieren, was letztlich zu einem geringeren MS-Risiko führt. 2. Abtötung EBV-Infizierter Zellen bei MS-Patienten durch Infusion EBV-spezifischer T-Zellen oder eines therapeutischen EBV-Impfstoffs oder spezieller Hemmstoffe. Die meisten infizierten B-Zellen würden absterben und nur wenige latent infizierte B-Zellen würden überleben. Geringerer Antigener Stimulus für EBV-spezifische Antikörper oder T-Zellen zur Erkennung von Proteinen des Nervensystems. Dies führt zu einer geringeren MS-Krankheitsaktivität. Leider ist es nicht einfach, einen wirksamen, dauerhaften Impfstoff gegen MS zu finden. Wenn wir irgendwann in der Zukunft einen funktionierenden EBV-Impfstoff erhalten, müssen wir theoretisch Babys impfen und dann 20 Jahre warten, um zu sehen, ob Multiple Sklerose und andere durch EBV ausgelöste Krankheiten weniger häufig auftreten. Der Ansatz EBV-Infizierter Zellen abzutöten könnte jedoch schnelle Ergebnisse zeigen. Wenn du genaueres erfahren willst, warum es so schwer ist, einen Impfstoff gegen EBV zu finden, dann höre gerne in folgendes Interview rein, die Nummer 119, Interview mit Prof. Dr. Henri-Jacques de Le Clues vom DKFZ, dem Deutschen Krebsforschungszentrum, zum Iststand der EBV-Impfstoffentwicklung. Warum ist er am Deutschen Krebsforschungszentrum? Weil EBV einfach auch zwei Prozent aller Krebserkrankungen auslöst. Also wirklich ein spannendes Interview und er erklärt da, warum seit Jahrzehnten dran geforscht wird und das leider nicht so einfach ist, aber vielleicht gelingt es mit mRNA-Impfstoffen, wer weiß. Kommen wir zum klinischen Verlauf und der Entscheidungsfindung. Die traditionelle Sichtweise des MS-Verlaufs ist aktiv versus progredient, wobei die progrediente Krankheit ohne Schübe verläuft. Man spricht da auch von Pira, dem Fortschreiten unabhängig von der Aktivität der Schübe. Und Pira setzt sich einfach aus dem Englischen zusammen, Progression Independent of Relapse Activity. Die Zunahme von Behinderungen ist von Anfang an auf die Schubaktivität und die Neurodegeneration, also Pira, zurückzuführen. Die Schubaktivität wird durch die Peripherie angetrieben, die Neurodegeneration durch Prozesse im zentralen Nervensystem. Und nochmal ganz kurz für dich, die Peripherie ist also alles, was außerhalb des zentralen Nervensystems, also von Gehirn und Wirbelsäule stattfindet. Also nicht Wirbelsäule, aber sozusagen dem Spinalkanal dort. Und das sind also die Lymphknotenknochenmark Blut. Und dann wandert das ein, das kann man ganz gut stoppen, da kommt man gut ran, aber man kommt halt leider nicht so gut in das Gehirn, in das zentrale Nervensystem. Das wird von unserem Körper sehr gut geschützt, was in der Sache auch gut ist, nur leider eben zum Problem wird, wenn Autoimmunität besteht. Das von der Krankheitsaktivität unabhängige Fortschreiten, Pira ist bei der Hälfte oder mehr der MS-Patienten für eine bestätigte Verschlechterung der Behinderung verantwortlich. Kognitive Behinderung scheint bereits zu Beginn der MS aufzutreten und können durch Messungen der Hirnatrophie, also des Wundes vom Gehirn, nachgewiesen werden. Bitte bedenke, dass dies von der Schwere deiner Erkrankung abhängt und nicht bei jedem Patienten gleich ist. Die Hirnatrophie, also der Hirnschwund, selbst tritt bereits in der Phase des CIS, des klinisch isolierten Syndroms auf, oder KIS-KAR, bei uns im Deutschen, und setzt sich in der schubförmigen Phase und auch in der progressienten Phase fort. Die Hirnatrophie, der Hirnvolumenverlust und die kognitiven Störungen scheinen also von Anfang an zu Beginn, oft sogar bevor die Patienten eine Bewegungsbehinderung erkennen. Und auch hier gilt, je früher die Behandlung mit einer Immuntherapie, also einer verlaufsmodifizierenden Therapie, beginnt, die die Entzündung der MS hemmt und möglicherweise zusätzlich eine positive Wirkung auf die Neurodegeneration hat, desto besser scheint sie das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Ein gesunder Lebensstil sollte natürlich immer unterstützend genutzt werden, da er verschiedene Auswirkungen auf unseren Körper hat. Bei der Messung von MS scheint es eine gute Idee zu sein, die Hirnatrophie und die kognitive Funktion von Anfang an zu berücksichtigen und sich nicht nur auf die körperlichen Behinderungen zu konzentrieren. Kommen wir zum nächsten Top-Thema, Nummer 3, MS bei älteren Menschen. Für das Thema MS bei älteren Menschen habe ich zwei Abstracts ausgewählt, die sich mit der Wirksamkeit von MS-Behandlungen und der Sicherheit beim Absetzen von Behandlungen befassen. Das erste Abstract ist die Nummer 68, wie sie bei MS Milan 2023 von Betty M. und anderen präsentiert wurde. Und dabei geht es um die Bewertung der altersabhängigen Wirksamkeit von Multiple Sklerose-Behandlungen in einer realen Kohorte. Die Altershöchstprävalenz von Menschen mit MS verschiebt sich in Richtung 55 bis 59 Jahre. Eine 2017 veröffentlichte Meta-Analyse von 38 klinischen Studien zeigte, dass die Wirksamkeit von Immuntherapien mit dem Alter abnimmt und dass nach dem Alter von 53 Jahren kein Nutzen mehr vorhergesagt wurde. Das heißt aber nicht, dass es nicht wirkt, sondern man weiß es dann nicht mehr. Aus landesweiten Registerdaten geht jedoch hervor, dass die verlaufsmodifizierenden Medikamente weiterhin häufig bei Menschen mit MS über 60 Jahren verschrieben werden. Ziel dieses Abstracts war es altersabhängige Wirksamkeit in Bezug auf das Fortschreiten der Behinderung von verlaufsmodifizierenden Therapien in einer realen Gruppe von RRMS, also schubförmigen Patienten, abzuschätzen. Einige Details zu den Methoden. Es handelte sich um eine multizentrische, also an mehreren Standorten durchgeführte, rückblickende Kohortenstudie aufgrund der Grundlage prospektiv erfasster Daten aus dem italienischen Multiple Sklerose Register. Das Hauptergebnis war die bestätigte Behinderungszunahme, die durch einen Anstieg des EDSS-Scores definiert wurde. Je höher der EDSS-Score war, desto weniger Punkte musste er aufweisen. Bei einem Basiswert von 0 wurden 1,5 Punkte erfasst. Wenn man zwischen 1,0 und 5,5 im EDSS lag, ging es um eine Erhöhung von 1,0 Punkten. Und wenn man ein EDSS über 6,0 hatte, dann ging es um eine Erhöhung von 0,5 Punkten. Das wurde dann immer gemessen als ein wichtiger Anstieg. Die Einflussfaktoren der bestätigten Behinderungszunahme nach einer Nachbeobachtungszeit von zwei Jahren wurden anhand einer logistischen Regressionsmodells bewertet. Okay, das ist jetzt ein bisschen viel Statistik. Und da hat man sich, also worum es geht, man hat versucht, diese Leute ein bisschen miteinander zu vergleichen. Das heißen jetzt gerade hier diese hübschen Fachbegriffe. Also, dass die sich im Alter ähnlich sind, im Geschlecht, in der Art des Auftretens, ob man an einer Stelle eine sozusagen Aktivität hatte oder an vielen Stellen, wie der Krankheitsverlauf war, wie die Krankheitsdauer und der EDSS-Wert bei Studienbeginn waren, die Anzahl der Schübe vor Studienbeginn und die Art, also die Klasse der ersten verlaufsmodifizierenden Therapien. War es eine Basistherapie, Level 2 oder eine hochwirksame Therapie? Kommen wir zu den Ergebnissen. Es wurden insgesamt 22.196 Menschen mit MS eingeschlossen. Nach zwei Jahren Nachbeobachtung hatten 3.178, was 14 Prozent ungefähr entspricht, Menschen mit MS eine bestätigte Behinderungszunahme. In der logistischen Regressionsanalyse, jetzt kommt wieder das schöne Wort, war die Behinderungszunahme verbunden mit, also wenn man sich sozusagen das angeschaut hat und die Leute miteinander verglichen hat, dann konnte man sehen, wer ein höheres Alter bei Studienbeginn hatte, einen Multifokalen, also an mehreren Stellen, mehrere Symptomatiken betreffenden Krankheitsaktivität, eine größere Anzahl von Rückfällen vor der Erstuntersuchung, was also auf eine höhere Aktivität an sich der Krankheit hindeutet, oder sich auf Basistherapien befand, also gering-wirksam-Therapien, der hatte eher eine Behinderungszunahme. Leute, die gut eingestellt waren, die eine geringere Aktivität an sich hatten, also eine mildere Form der MS, wobei natürlich immer mild bei MS so eine Sache ist, die hatten nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die eine Behinderungszunahme hatten. Was sind jetzt die Schlussfolgerungen daraus? In dieser echten Population von KISS, also klinisch isolierten Syndromen und RMS-Patienten, also schubförmigen Patienten, war ein höheres Alter bei Beginn der Immuntherapie mit einer geringeren Wirksamkeit in Bezug auf die Behinderungsprävention verbunden. Also das ist wieder ganz klar ein Faktor, man sollte eine MS frühzeitig behandeln, und zwar so, dass sie still wird, dass sie keine Aktivität mehr hat, auch nicht im MRT, auch nicht mit irgendwelchen anderen Tests messbar. Eine frühzeitige Behandlung mit hochwirksamen Immuntherapien verringerte das Risiko der Zunahme von Behinderungen unabhängig vom Alter. Ich habe noch ein Abstract mitgebracht, und zwar ist es die 99 von Curver und anderen, ebenfalls präsentiert auf der MS Milan 2023, zum Absetzen der verlaufsmodifizierenden Erstlinientherapie, also damit ist Basistherapie gemeint, bei stabiler Multiple Sklerose. Und das war eine früh beendete, multizentrische, randomisierte, kontrollierte Studie, also sehr hohe Qualität. Multizentrisch randomisiert, kontrolliert, heißt immer sehr hohe Qualität an Aussagekraft. Die Folgen des Absetzens der Basistherapie bei MS sind noch nicht vollständig geklärt. Ziel dieser Studie war es daher, zu untersuchen, ob die Basistherapie bei Patienten mit stabiler MS ohne Wiederauftreten der entzündlichen Krankheitsaktivität abgesetzt werden kann. Eine sehr spannende Frage, die sich wahrscheinlich viele von uns stellen. Ganz kurz zu den Methoden. An dieser multizentrischen, randomisierten, kontrollierten, Nicht-Unterlegenheitsstudie, also es geht darum zu zeigen, ich höre auf mit der Therapie und habe keine Nachteile gegenüber denen, die mit der Therapie weitermachen, nahm 89 Personen mit schubförmiger MS im Alter von mindestens 18 Jahren teil, die in den letzten fünf Jahren keine Schübe oder erhebliche MRT-Aktivität hatten. Die MS schien also ruhig. 45 von diesen 89 beendeten die Basistherapie und 44 setzten die Basistherapie fort. Der primäre Endpunkt, der untersucht wurde, war die Anzahl der Patienten mit entzündlicher Krankheitsaktivität definiert als entweder ein bestätigter Schub oder eine erhebliche MRT-Aktivität während der Nachbeobachtung. Und das wurde definiert, diese erhebliche Aktivität, als mindestens drei neue T2-Läsionen oder mindestens zwei kontrastverstärkte Läsionen im MRT. Ein vorzeitiger Abbruch der Studie wurde in Betracht gezogen, wenn der Anteil der Patienten mit entzündlicher Krankheitsaktivität in der Abbruchgruppe höher lag als in der Fortsetzungsgruppe und das 95-prozentige Konfidenzintervall dieser Differenz nicht den Wert 0 umfasste. Also wenn es eine Aussagekraft hatte, heißt das im Prinzip. Das sind einfach statistische Begriffe. Aber es heißt, es hat eine Aussagekraft und passiert nicht zufällig. Kommen wir mal zu den Ergebnissen. Also es waren, die Teilnehmer der Studie waren zu 67% weiblich und 0,4 und zu 32,6% männlich. Das mittlere Alter bei Aufnahme lag bei 53,5 Jahre. Also es waren schon höhere das Alter mit einer Standardabweichung von 7,8. Es gab also Jüngere und Ältere. Die mittlere Nachbeobachtungszeit umfasste zwölf Monate, wobei es bei manchen mehr, bei anderen weniger war. Die Studie wurde vorzeitig abgebrochen, da während der Nachbeobachtung bei sechs von 45 Teilnehmern in der Abbruchgruppe eine entzündliche Krankheitsaktivität auftrat, die die vordefinierten Kriterien erfüllte, gegenüber 0 von 44 Teilnehmern in der Fortsetzungsgruppe. Und damit wurde also dieses Konfidenzintervall sozusagen aufgezeigt, dass es ein echter Unterschied ist. Die mediane Zeit bis zum Auftreten von Krankheitsaktivität betrug neun Monate, konnte allerdings schwanken. Bei manchen war es eher, bei manchen war es später. Von den sechs Teilnehmern mit entzündlicher Krankheitsaktivität erlitten zwei einen Rückfall, also einen Schub. Und das mittlere Alter dieser sechs Personen lag bei 48,7 Jahren mit einer Standardabweichung von 8,6. Also manche waren jünger, manche waren älter. Aber eben auch mit höherem Alter gab es Leute, die entzündliche Aktivität wieder hatten, wo die MS also noch nicht aufgrund des Alters in Anführungsstrichen eingeschlafen war. Alle begannen erneut mit einer verlaufsmodifizierten Therapie, was zu einer Stabilisierung der Krankheit führte, was natürlich sehr schön ist. Zusätzlich zu diesen sechs Patienten traten bei fünf Patienten in der Abbruchgruppe und einem Patient in der Fortsetzungsgruppe radiologische Krankheitsaktivitäten auf, die die definierten Kriterien für eine signifikante Krankheitsaktivität nicht erfüllten, also lag einfach unter den definierten Werten. Kommen wir zur Schlussfolgerung. Signifikante entzündliche Krankheitsaktivität kehrte bei sechs von 45 Teilnehmern, was 13,3 Prozent entspricht, zurück, die die Immuntherapie absetzten. Auf Grundlage der geplanten Zwischenanalyse wurde die Studie in ihrer jetzigen Form abgebrochen. Und das ist sehr spannend. Ich glaube, in dem ganzen Kontext muss sicherlich noch viel mehr überprüft werden, weil ich weiß natürlich, dass es einige gibt, die irgendwann in der Therapie müde werden. Aber es ist natürlich immer die Frage, riskiert man jetzt, je nachdem auch, wie aktiv die eigene MS war, riskiert man, dass die MS wieder zunimmt und dass man all das, was man vorher gewonnen hat, dann irgendwie wieder zunichte gemacht wird, indem die MS dann auf einmal wieder aktiv ist. Oder bis wann nimmt man es denn? Nimmt man es bis 90? Das sind auf jeden Fall Fragen, die geklärt werden müssen. Aber ich finde es auch richtig, dass die eine Studie abgebrochen haben, die offenbar zeigt, es ist besser, die Therapie beizubehalten für die meisten. Genau. Noch ganz kurz als mein Schlusswort. Die Rede von Stephen Hauser war für mich wirklich sehr inspirierend. Also ich sage es da auch ganz nah. Ich hatte von dem Mann schon ganz oft im Rahmen von Studien gehört und er ist sozusagen einer der Väter der MS-Therapie. Er hat auch dafür gesorgt, dass, also seine Forschungsergebnisse haben dazu beigetragen, dass es die B-Zell-deplitierenden Therapien gibt. Ein wirklich großartiger Forscher und Arzt. Und ja, EBV bleibt also ein interessantes therapeutisches Ziel. Aber es scheint schwierig und ein langer Weg zu sein, um Studien-Szenarien zu entwickeln, die sich auf die MS-Belastung auswirken würden. MS bei älteren Menschen ist ein brennendes Thema, weil einfach die Gruppe von MS-Patienten stetig älter wird und wir ja zum Glück, früher war das anders, als es irgendwie sehr aggressive Fälle gab, die man nicht behandeln konnte, aber wir werden ja heutzutage alt, was sehr schön ist. Und damit wird das natürlich wichtiger und wichtiger, weil wir eben als gesamte Population und damit auch MS-Patienten älter werden. Ich bin froh, dass sich die Wissenschaftler mehr und mehr mit diesem Thema befassen. Und was den Aspekt der individuellen Medizin betrifft, so wäre es großartig herauszufinden, wie man jeden Einzelnen und jeder Einzelne am besten behandelt, weil man Immuntherapien vielleicht absetzen oder ändern sollte, also vielleicht ja auch irgendwann reduzieren in ihrer Intensität und wie man das Fortschreiten der MS wirksam bekämpfen kann. Und jetzt noch zum nächsten Podcast, da geht es also um die Highlights von Tag 2 und da sind natürlich auch wieder ganz Tolle mit dabei und zwar das Thema der Menopause, dann der gesunde Lebenswandel, der natürlich auch wichtig ist, die Effektivität von Behandlungen und ja, noch einiges mehr. Also ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Ich freue mich immer auch über Anregungen, über Feedback und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du fandest es hilfreich. Vielleicht interessieren dich auch die bereits erschienenen Episoden und Beiträge, die du unter ms-perspektive.de slash podcast findest. Du kannst auch ein kostenloses PDF mit 11 Tipps für deine positive Einflussnahme auf die MS unter ms-perspektive.de slash newslet erhalten. Wenn du mit mir in Verbindung treten möchtest, erreichst du mich unter ms-perspektive oder auf Instagram unter ms-perspektive. Bis zum nächsten Mal!